Einen schönen Zaun bauen Sie das Lächter und wozu? Gegen Viehdiebe, Mister! Der Durchgang ist gesperrt, Mr. Redding. Sie sollten nicht zu weit gehen, Ballard. Ich habe viele Pferde von Ihnen gekauft, mein Junge. Von nun an werden Sie Ihre Pferde woanders verkaufen, vielleicht in Cheyenne. Wenn Sie dorthin gelangen. Es spielt für mich keine Rolle, wo ich Sie verkaufe, Mr. Bellard. Was haben Sie mit meinen Pferden gemacht? Ich habe Ihnen zwei gesunde Pferde dagelassen und genauso möchte ich Sie wiederhaben. Was Besseres werden Sie nicht. Kassner sind aber nicht meine Pferde. So wie Sie aussehen, erkenne ich Sie nicht mehr. Also, ich suche einen Mann namens Henry Bellard, der mich um meine Pferde betrogen und sich schwer verletzt hat. Und der auch einen meiner Männer zusammengeschlagen hat. Wenn Sie ihn verstecken oder ihm irgendwie helfen, renne ich alles ab. Nur Gerechtigkeit habe ich gewollt. Die werde ich auch bekommen. Dafür werde ich auch weiterkämpfen. Auch wenn ich dabei ums Leben komme. Ich mache mir Sorgen. Und Sie und mich, Richter Wilkins. Ich schwöre es Ihnen. Denn geht dieses Land vor die Hunde. Geht es vor die Hunde durch Leute wie Sie und mich. Geht es vor die Hunde, ich bin mein Pferde. Sehr nachvollziehbar. Geht es neck, man kann Ihnen miteinander vertreten. Untertitelung des ZDF, 2020